David Marf und Mr. Schitte, das ist eine Ansage an euch. David Marf, was beleidigst du meinen Sohn? Ich schlag dein Arsch und lasse Atombombe auf dein Haus fallen. So kabliat edinae und schmeiße dich ins Gefängnis für 3633472895628392234234234234234234jahre amenakoim. Mr. Schitte, warum beneidest du meinen Sohn? Nur weil er einen Bugatti hat und du ein Penisauto hast. So kabliat, wenn du weitermachst, wird er einen Districk gegen dich machen. Das gleiche gilt für dich auch. David Marf, ich steck Vodka in eure Escher und steck euch in den Arschklub. Das gleiche gilt für dich auch in den Arschklub. Das gleiche gilt für dich auch in den Arschklub. Untertitelung des ZDF für funk, 2017